Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Sons of the Forest. Virginia gefällt es und ja, mein Name ist Devo und mir gefällt es auch. Also, ich wollte hier, wurden mir komische Dinge angezeigt und ich möchte sehen, was das ist. Es ist wahrscheinlich unterm Fußboden, wetten? Es wird unterm... Ja, nee, okay, alles klar. Ich weiß, was ist das? Gut. Okay. Das sieht komisch aus hier, ne? Naja, nun. Ähm, ich wollte das letzte Loch stopfen. Nee, und zwar... Hä? Hier. es fiel mir nicht so leicht das letzte loch zu stopfen okay jetzt kommt na komm na komm also die frage die ich mir stelle lasse ich das hier kann ich das noch zu machen so ein mehr mehr cool sehr schön okay das haben wir jetzt habe ich ein problem denn ich komme nicht mehr runter doch jetzt habe ich ein problem komme ich noch mal hoch ja wahrscheinlich schon okay das funktioniert gar kein problem aber ich brauche da oben ja steine das heißt das hier läuft soweit ich brauche nicht mal ein mittelbalken oder so ne wie geil ist das denn hier funktioniert es terrasse funktioniert es nicht ich bin an dem punkt angekommen weg an dem ich mir hier nochmal gedanken mache warum das auf der einen seite funktioniert und auf der anderen nicht und ich habe die befürchtung muss tatsächlich an der schräge liegt diese befürchtung habe ich die sind von da nach da ich will mal kurz was gucken ich habe hier 1 2 3 4 hier eine fünfer länge das ist länger ne sind 1 2 3 4 5 4 ok alles klar also jetzt weiß ich was ich warum wie gemacht habe die frage ist funktioniert das funktioniert das auch auf der langen länge also wenn ich warte mal ne ich packe ich packe immer hier zwischen einfach weil was ja eigentlich irgendwie auch müssen und den auch einmal ich probiere das jetzt mal aus so jetzt ist das wieder gestützt den kann ich hierhin und dann baue ich das mal ab und mache hier eine gerade terrasse draus ist wahrscheinlich egal so der plan funktioniert das wie ich mir das denke das ist die frage ja ich muss es ausprobieren ich muss es einfach ausprobieren das war klar ich dir irgendwie auf den boden schmeißen danke hier na klar ich habe ich denn davon vier stück cool gut gut ist relativ aber aber zumindest platz hier drinnen und hier einfach sein ich habe das gefühl gerade gehabt als ob hier unten einer lang läuft aber war wahrscheinlich nur baumwipfel mit sicherheit das war nicht der plan gerade keine anruhe ich das ding rausgeholt habe ich ja gut der kommt hierhin war ganzer baumstamm keine woher kommt nach darunter na klar was auch sonst wäre mega schade wenn das die sport deswegen werde ich das gleich mal hoch bauen ist schon wieder so weit ich höre stimmen das weg das kriege ich nicht weg wir sind ja ich höre besuch der kann weg kämpfen die gerade mit dem zaun na ihr krachlatten alles klar bei euch komm mal hier ja komm mal hier ja komm mal hier ja ein bisschen noch ich habe das gefühl dass mein plan aufgeht die dritte verteidigungsstufe ja 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 nimmst du den auch noch in empfang tachchen tachchen okay alles klar alles klar wo war ich ich war hier irgendwo beschäftigt also wie mache ich das am blödesten dann brauche ich den auch virginia ich weiß nicht was du tust aber hör auf damit wir haben ja hier das heißt ich muss ja hier jetzt einen halben eigentlich drauf packen ich möchte auf diese geländer optik hier eigentlich jetzt nicht so verzichten wenn ich ehrlich bin ähm weil die anderen zäune die es gibt die sind alle scheiße die sind nicht so geil deswegen knall ich da jetzt einen halben drauf und ich probiere einfach mal aus ob das funktioniert oder nicht was soll passieren ich habe hunger und durst ja was zu futtern hier irgendwie nicht ne energy bar toll hilft mir auch nicht gerade so richtig ich nehme mal ein paar nudels kann ich dich auch da brauche ich wasser zu ich brauche wasser für eine geile suppe machen wir jetzt eine suppe einer eingeborenen nudelsuppe das ist der plan ich glaube das ist ganz nice übelster plattenbau wird noch wird noch wird noch das wird noch und zwar ich bin mal kurz weg und bräuchte mein stopp und den hier drauf das feuer an dann kochen wir was schönes ich habe lust auf äh ein arm das hier hühnernudelduppe cool das wird lecker bin ich mit der ganz festen überzeugung ach die geschichte so ich jetzt den und den wir kriegen den da unfallfrei drauf das ist ja auch noch so ein ding ne euer warte auf die holl drauf die geblieben. So, den da hin, den hier drauf. Kann ich jetzt den hier drauf machen? Kevin, beruhig dich. Ich hätte den... Nee, ich hätte den jetzt gerne hier oben drauf. Warum geht das nicht? Ich kann einen halben nicht auf dem Ganzen machen. Es erschließt sich mir nicht. So, hier oben drauf? Auch nicht. Warum geht das nicht? Oder warum muss es so umständlich sein, dass es geht? Das ist hier die Frage. Jetzt geht's. Aber den krieg ich weg? Aber den krieg ich nicht weg. Was ist das? Scheiße. Den krieg ich jetzt nicht weg. Okay, verstehe. Hm. Das ist ja unvorteilhaft. So, das heißt, ich muss meine komplette Konstruktion überdenken. Weil ich kann nicht... Offensichtlich kann ich hier... Wie habe ich das hier gemacht? Ah, ja, okay. Alles klar. Das geht nur so. Hm. Verstehe, verstehe, verstehe. Dann krieg ich hier aber keinen drauf. Ja, 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 ja. Das heißt... Mir bleibt nichts anderes übrig, als es hier komplett umzubauen. Schade. Hier kommt keiner drunter, ne? Nee, geht nicht. Geht auch nicht weg. Ich weiß nicht, ob ich das nicht abbauen kann. Wahrscheinlich, weil ich hier dann eigentlich einen Querbalken bräuchte. Also einen halben. Dann wird es funktionieren. Ja, nun. Dann ist es so, wie es ist, ne? Gibt es noch umgebaut? Ja, wenn ich das hier wegnehme, dann kriege ich es umgebaut. Geil. Geilo, Milo. Da freue ich mich ja schon richtig drauf. Oh, Mann. 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 Das wird nicht schön. Das wird nicht schön, aber... Es ist, was es ist. Final kann man nur sagen, es ist, was es ist. Schade. Aber gut, machen wir eben. Dauert doch nicht lange. Wie, zwei, drei Stunden? Kein Problem. So. Cool. Ich den gleich nicht abbauen kann, ne? Dann lasse ich aus. Ich kann den jetzt gerade nicht abbauen. Ich weiß nicht, warum ich den gerade nicht abbauen kann. Ja, wir... Ich... Ja. Ich teste mich daran. Gar kein Problem. Kriegen wir alles hin. So, 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 so. ich mache das mal überlegen wie es am dümmsten machen nicht mal so cool geht ja nicht anders so und so ja dann den den muss ja ja genau das ist das was ich machen wollte so und ja nicht so hier ist auch so und da oben ist auch so ich hoffe das geht so wie ich mir das vorstelle das wäre sonst sehr schade das müsste da oben müsste noch ein querbalken hin machen so ach nervig nehme ich halt ihn hier so 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 kann ich den weg nehmen genau müsste es in die richtung nämlich auch gehen theoretisch oder auch nicht wer weiß das schon so genau der weg und der weg der weg der weg toll so hin dran drüben 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 irgendwie so und der wieder weg der weg der dorthin der dahin kommt in der ecke rein aber dann ja spindlich so 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 und so das müssen wir auch erst mal weg packen moment alles nicht so einfach doch einfach wenn wir den nehmen und die schon mal hierhin ballern 1 2 3 4 1 2 3 4 aber super gezielt ich weiß na klar regnet es jetzt was auch sonst so und so so nicht aber kann sich abbauen ne ach wirtchen ja warum warum tust du so 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 3 zack 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 und jetzt geht das so weiter und so weiter und so weiter und so weiter gerade bei regen macht das auch noch mehr spaß so ja 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 weg weg wenn das jetzt gleich nicht funktioniert dann raste ich aus ist es eine Vorahnung aber mal kurz den Galgen gebaut warum auch nicht warum geht der sich ab Vorsicht! Vorsicht! Virginia es tut mir leid töte mich bitte nicht es war aus Versehen das war nicht meine Absicht Virginia Virginia hasse mich nicht es war es ist ne kann ich dir irgendwas geben zur wieder Gutmachung wenn du das haben willst bekommst du das boah ist das schön ah herrlich so das kommt dahin das kommt dah hin Das kommt hier hin. Das kommt dorthin. So und so. 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 Nee. Hä? Hä? Hier hat das funktioniert. Mit einem halben, einem halben. Ach, ich hatte hier so ein Mittelding gehabt, ne? Wahrscheinlich. Leute. Also, ich geh mal im Bett. Gute Nacht. So. 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 So.